Ja hallo, ich bin die Anja Jan, Fotografin, spezialisiert auf Porträts. Ich bin zu dem Projekt gekommen über Freunde und habe noch mehr Freunde kennengelernt und überhaupt scheinen es nur Freunde zu sein, die da mitzumachen. Das macht also riesen Spaß und wir haben eine ganz tolle Frau auf Zypern kennengelernt, die die Kultur oder die Tradition, also die traditionelle Herstellung der Produkte versucht mit aller ihrer Kraft zu fördern und das ist ganz toll und die hat uns ganz ganz tolle Produzenten vorgestellt und uns alle Schlafzimmer, Wohnzimmer und Gärten geöffnet. Ja wir sind ganz ganz nah an die Leute rangekommen und haben ganz viele sehr sehr herzliche und nette Leute kennengelernt und ich dürfte wie auch alle porträtieren und zwar zusammen mit dem Markus Bassler, der auch Porträts macht, aber auch ganz viel das Essen fotografiert und ja wir essen auch die ganze Zeit ganz gut und ja ja es ist wie eine Reise mit Freunden, das hört sich jetzt alles traumhaft an, aber wir arbeiten natürlich auch von sechs Uhr morgens bis drei Uhr nachts, aber mit viel Spaß und ja es macht ganz viel Spaß.